Ah, hoffentlich werde ich jetzt nicht vergiftet. Natürlich. Ah, das ist doch herrlich. Das kann doch nicht allzu weit weg sein. Ach, Mann, ey, ohne Optifende. Ach, das ist auch wieder das. Ich denke immer, das ist das andere. Huch. Ich weiß nicht, wo wir sind. Auf jeden Fall haben wir eine perfekte Festung. Da könnte man sehr gut Wilderskelette formen. Das würde sich perfekt für das Wargs Challenge eignen. Ich weiß nicht, wo lang. Wenn ich nur Trank der Feuerresistenz hätte. Ich muss mir mal was braunen. Wir haben ja eigentlich das Zeug. Aber haben es noch nicht gemacht. So, hier vor der Wand laufen. Das ist mein Hobby. Das mache ich sehr gerne. Oh, hier, guck mal. Dieser komplizierte Weg. Und da brauchst du eigentlich nur drei Meter hochlaufen. Normalerweise. Also dort so. Was machen wir da jetzt? Das kann nicht wahr sein, ey. Lauf ich den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Da habe ich keine Lust drauf. Ganz ehrlich. Ich habe einfach keine Lust drauf. Ne, komm, ich laufe jetzt los. Nachts. Jetzt die Viecher wieder. Kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Ja, ist ja gut. Ich gebe mir einen Push nach vorne. Na, 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 nicht ruckeln. Na gut, wegen Dschungel ruckelt es auch mal ein bisschen. Na, komm. Ach, jetzt wieder durch den Dschungel reisen hier. Natürlich müssen wir jetzt wieder hier reinfallen. Komm, verarsch mich nicht. Ich will jetzt hier raus und... Hallo? Komm, schnell. Jetzt aber. Los! Und... Mann, da bin ich ja schneller im Wasser als im Dschungel. Echt mal. Aber ich mache mir trotzdem mein Boot. So. Ich könnte mal ganz kurz die Koordinaten hier raussuchen währenddessen. Äh, ich habe sie gerade nicht hier. Sind sie da? Oh, ich darf hier nicht kollidieren mit der Insel. Sind sie das? Minus 2056? 354? Nee. Nee, das zweite war mehr. Ach, ich schreibe mir jetzt immer nicht dazu, was das für Koordinaten sind. Sind sie das hier? Zweit... Ach nee, das ist was anderes wieder. Stehen sie hier hinten? Nee. Kann nicht wahr sein. Ich gehe einfach mal in die Richtung. Oder lau... äh, schwimme, fahre, keine Ahnung. 1840 minus 400... Ach nee, es war irgendwas mit 2014. Das hatte ich mir gemerkt. Das waren sie auch nicht. Ach, bitte das doch. Was ist denn das? Ich gucke hier mal ein bisschen rum. Haben wir ein paar Tintenfische. 299? Nee, das sind sie nicht. Ich habe mir so viele Koordinaten aufgeschrieben hier überall. Der ganze Block. Auf jeder Seite hinten lassen wir so einen Koordinaten drauf. Das sind sie auch nicht, das sind sie auch nicht. Da haben wir wieder das Mesabium, natürlich. Ich finde es jetzt nicht. Ähm, wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir müssen mehr in die Richtung. Ich glaube, Z ist sogar schon richtig. Nein! Oh, ich wollte doch... Nein, nicht, 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 nicht. Ach, zum Glück. Ich würde es doch wieder haben, hier das Boot. Was willst du mir? Hm. Ich mache nicht, 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 nicht. Ich habe nur noch ein Steak dabei und Kürbisse. Toll. Super hingekriegt. So, es sind alle. So, haben wir wenigstens... Ach, ich habe nicht mal verordertes Fleisch dabei. Es war ja gar nichts. Und die Mittagssonne brannte mir aufs Leib. Ich war 30 Tage unterwegs und kein Land war in Sicht. Ich war im Verdursten, obwohl ich im Ozean war. Es war ein Süßwasser-Ozean. Und da am Horizont sah ich die Hoffnung. Es war aber nur eine Samtinsel. Ich hörte die Musik der Pharaonen. Doch es war nur eine Eindeltung. Meine Vater Morgana. Und überall waren sie. Die Tintenfische. Ach, worauf habe ich mich nur eingelassen? Die Wolken backen rum. Ähm... Na gut, das passt jetzt nicht mehr so. Ach komm. Nicht so viele Tintenfische ja spawnen. Stört sich Framemade gleich ein. Ähm... Ja, wann kommen wir hier mal an? 1800 sind wir jetzt schon. Ich hab echt nichts zu essen dabei. Nur Nazareg und Glowstone und alles. Aber kein Essen. Natürlich. Ein Baum. Ist das unsere Insel? Kommen wir an? Haben wir unser Ziel erreicht? Doch, ich glaube, wir sind langsam wieder da. Ist hier ein Wald? Das kann nicht wahr sein. Hätte ich nur hierher gehen müssen, oder was? Was? Ey, ey. Bleib hier. Was erlaubst du dir? Komm wieder zurück. Ach, jetzt fällt es natürlich noch unten. Das kann ich immer leiden. Jetzt häng ich wieder mit dem Kopf 1cm vom Bildschirm, um das zu sehen. Und natürlich gehen uns jetzt Leben aus. Ey, 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 ey. Ey. Mann. Ist das unser Sumpf? Boah. Boah, waren hier doch keine Eichen. Dann waren nur Birken. Hätte ich doch gesehen. Das packt immer so ein bisschen rum hier im Wasser. Das packt immer so ein bisschen rum hier im Wasser. Und da geht es natürlich sofort los, sobald ich den Satz beendet habe. Natürlich. Kommen wir denn langsamer an. Bisschen Schmabett. Ne, wird... Ne, ne. Das ist falsch. Wir müssen nur zurück. Ey. Ich hasse das zu Hause, ey. Ich finde niemals diese Koordinaten. Könnt ihr euch noch erinnern? In der einen Folge, das war die Silvester-Folge, da bin ich gerade mal 200 Blöcke weggelaufen und habe dann nicht mehr zurückgefunden. Ich habe dann irgendwie erst mal 10 Minuten nur so gesucht und dann habe ich mich letztendlich dann doch hinteleportiert, weil ich es einfach nicht eingesehen habe. Ich finde diese beschissene Stelle einfach nicht wieder. Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde dieses Haus nicht. Das gibt es nicht. Wisst ihr, alles finde ich wieder, nur dieses Haus nicht. Das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Hier stehen die Kühe noch ineinander. Ich weiß, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass die Chunks gerade neu generiert wurden. Weil die immer auf einem Fleck dann spawnen, dann stehen die ineinander. Früher in Version 1.2.5 haben sie sich dann wenigstens noch auseinander gedrückt. Aber heute bleiben sie dann ineinander stehen. So, ähm... Ja Freunde, ich glaube das war's dann. Ich glaube wir werden bald sterben und all unser Zeug verlieren. Natürlich, natürlich. Stirb nur. Verliere immer mehr Herzen. Ich kann bald nicht mehr rennen. Und Hühner wieder. Ey Hühner, Hühner. Komm, bleib mal hier. Kannst doch mal was Gutes tun für die Menschheit. Nicht immer nur in Höhen rumirren. Und einen verrückt machen. Komm mal her. Das wäre jetzt geil, wenn ich Verbrennungen hätte. Auf dem Schwert. So, haben wir jetzt zwei Hühnchenkeulen eingesammelt. Oder vier. Das wird uns aber auch nicht weiterhelfen viel. Dann muss ich mir jetzt wieder einen Ofen bauen und alles. Oder ich sammle mir genug Hühner, dass ich das roh essen kann. Ich höre noch mehr. Ihr seid nicht unschuldig. Ich höre noch mehr. Das ist auch nur Hunger eins. Okay. Es gibt ja auch Hunger vier und so. Das kriegst du ja, wenn du einen Kugelfisch isst. Hab ich schon mal aus Spaß gemacht in Skyblock. Einfach mal so einen Kugelfisch gegessen, um zu gucken, was du da alles kriegst. Und wie heftig das ist. Kriegst du Übelkeit, Hunger vier, Vergiftung vier und alles. Ey, wisst ihr, hier ist Wald, ne? Ehh, das ist schlimm. Jetzt wurde ich mal nicht vergiftet, ausnahmsweise. Geben wir auch nur einen Hungerpunkt, ne? Ich glaube, ich sollte die mal braten. Dann bin ich pro Tag, der infernal mit dem Luftgewinkel, ein sonnend. Wenn wir dann halt noch mehr, dann kriegst du den Kugelfisch. Und das ist gut, den Kugelfschlag ein. Ich bin so ein, das ist nachher gleich mal gehocken. Also mal das ist nachher gleich.